Willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. 5 Uhr ist es jetzt dann gleich und es dämmert auch langsam aber sicher. Und ja, bevor ich jetzt wieder für eine kurze Zeit noch auf Looting-Tour gehe, würde ich ganz gerne an der Basis hier ein bisschen weiter bauen, damit wir die langsam aber sicher auch mal fertigstellen oder zumindest in die richtige Richtung der Fertigstellung uns begeben, denn fertiggestellt ist sie ja noch lange nicht. Und von daher schaue ich jetzt doch gleich mal. Schaufel brauche ich auf alle Fälle noch und den Klo-Hemmer. Nehmen wir den gleich mal mit und das nehmen wir natürlich auch mit. Und was noch ganz wichtig ist, stimmt, bevor ich das vergesse, muss mir unbedingt noch Antibiotika reinschmeißen, wegen der Infektion. Gut, immun, schön. Und die Forge hat jetzt hoffentlich auch schon fleißig wieder produziert, Zement. Ja, super. Läuft schön dahin. Das einzige Problem ist, der zweite Slot läuft schon wieder leer. Da müssten wir aber doch auch was haben, oder? Dagegen? Ja, 142 Eisenbruchstücke. Damit ist die Forge dann auch erstmal ein bisschen ausgelastet. Brennstoff habe ich nicht mehr allzu viel, sehe ich gerade. Können wir aber ändern. Das brauchen wir auch noch, das brauchen wir auch noch. Die können wir auch gleich mitnehmen. Und Zement nehmen wir auch gleich mit. So, 800 Holzscheite dürften erstmal reichen. 800 Minuten Brennndauer, nicht ganz 800. Also, die ist erstmal versorgt. Und ansonsten könnten wir jetzt eigentlich die richtig loslegen. Genau, ich habe alles beisammen. Bier höchstens noch. Nehmen wir auch mal mit. Falls uns der Durst überkommt. Nach einem kühlen, blonden. Dann haben wir da auch gleich was dabei. So, Athletik ist jetzt auf Level 50. Ui, schön. Supi, wenn wir da auch gleich ein bisschen unsere Skills steilen können. So, erstmal das ganze Erdreich hier entfernen. Das geht nämlich nur irgendwie im Weg um. Hm? Kürzerer. So, hier noch. Hier noch. Ui, geht ihm schon wieder. Es geht ihm schon wieder die Puste aus. Und zum Kollegen. Aber wie gut, dass ich dagegen Bier habe. Runter damit. So, ein kleiner Rausch. Wieder einmal. Wie soft. In den letzten Folgen. Wenn es so weiter geht, wird mein Charakter noch zum Alkoholiker. So, hier noch weg. Und hier auch noch wegbuddeln. Ganze Zeugs. So, schön. Ähm, ja. Was muss ich jetzt als nächstes machen? Ich sollte vielleicht am besten gleich mal die Steine hier wegkloppen. Hier noch wegkloppen. Hier auch noch. Der da hinten muss natürlich auch noch weg. Gut. Ähm, den Fünferabstand hätte ich ja hier auch eingehalten. Das heißt, hier kommt die Mauer hin. Dann schnappen wir uns doch gleich mal die Frames. So, das, 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 das und das können wir gleich mal mit Beton einlassen. Und hier habe ich gesagt, kommt die Mauer hin. Genau, weil ich fünf Abstand brauche. Dann platzieren wir die aber auch gleich entsprechend. Damit ich da nicht durcheinander komme. Gut. Sehr schön. Perfekt. So. Das kommt natürlich auch raus. Da haben wir dann unsere schönen Spitzen hin. Die ich dann unbedingt auch noch zu gegebener Zeit aufwerten muss. So. Gut. Habe ich noch 50er Säulen übrig? Nein, habe ich nicht. Okay, dann craften wir uns doch da noch ein paar. Machen wir mal. 20 Stück. Für den Anfang. Wird zwar bei weitem nicht reichen, aber besser als nix. Ups. Da habe ich schon gemurkst. Zack herein. Gut. Zack, 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 zack und zack. Schön. Supi. Stahlgerüste. Müsste ich sowieso noch ein paar herstellen, denn... Da habe ich ja gar keine mehr. Da habe ich jetzt den letzten... Das letzte Stahlgerüst verbaut. Dann stellen wir uns doch da auch gleich... Hm, wie viel stellen wir uns da her? Okay, ich bin ungefähr bei der Hälfte. Ja, so 200 dürften es eigentlich schon sein, sage ich mal. Oder ist das übertrieben? 200 Stück? Ne. Lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Kann ja nicht schaden, wenn wir da ein bisschen was auf Vorrat haben. Und bevor jetzt dann gleich die Sonne untergeht... ...begebe ich mich auch noch kurz zum Fluss, um ein bisschen Bruchssand zu farmen. Damit die Forge, besser gesagt der Zementmischer, über Nacht auch wieder was zu tun hat. So, weg mit dem ganzen Dreck hier. Aber man merkt schon, mit dem Stahlwerkzeug geht alles bedeutend schneller. Ja, wenn der Charakter natürlich ein bisschen Ausdauer hätte. Aber gut. Geht so auch ganz gut. So, hier noch weg. Hier noch weg. Gut. Sind die schon fertig, ja? Sie sind fast fertig. Die Säulen. Dann kommen die nämlich gleich mal hier hin. So. Und da habe ich ja gesagt, Fünfe. Genau, das heißt, hier kommt dann auch schon... ...das neue Zeugs hin. So, hier noch, hier noch, hier noch. Ups, so nicht. Immer ein bisschen gucken. Nicht, dass ich hier irgendwas falsch platziere. So wie jetzt gerade. Hm. Schwebt aber schön. Aber trotzdem, weg damit. Das will ich da nicht haben. Zum Glück ist er noch feuchter Beton. Sonst würde ich hier schon länger dran rumkloppen. So, weg damit. Und hier packen wir noch ein Säulenelement hin. Gut, perfekt. Wird doch langsam. Langsam, aber sicher. Wir nähern uns. Okay, natürlich muss ich hier noch einiges an Dreck wegschaufeln, aber... ...das schaffen wir auch noch. Gut, die Hälfte haben wir ja schon. Dann schaffen wir die andere Hälfte auch noch. Wäre doch geil lacht. So, immer fleißig drauf losbuddeln. Das ist jetzt zwar nicht der spannendste Part wieder mal. Das Ausheben der Grube, aber... ...das gehört halt leider auch mit dazu. Denn so eine Basis baut sich ja schließlich nicht von alleine. Und ja. Hilft alles nix. Aber wir gehen auch wieder mal auf Looting Tour. So viel sei gesagt. Aber wie gesagt, jetzt erst mal... ...ein bisschen Terraforming. So, hier noch weg. Hier noch weg. Und hier noch weg mit dem Dreck. Gut. Die Blöcke nehmen wir gleich mal weg. Die brauchen wir nimmer. Da muss ich glatt mal nach drinnen gucken, wie es meinen... ...Stahlgerüstsrahmen geht. Damit wir die vielleicht auch noch platzieren können bei Bedarf. Ah, der ist schon wieder... ...okay. Der ist schon wieder out of stamina. Aber den haben wir auch noch weg. Ich glaube, ich habe da gerade ein Zombie gehört. Muss mal eben gucken. Okay. Da haben mich meine Ohren getäuscht. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir schon mal heroben sind... ...können wir ja auch wieder fleißig weiterbuddeln. ...beziehungsweise ich könnte sie ja sogar den Weg hier auch wieder ausbuddeln. Komma Steine und ja gleichzeitig Sand. Danke für den Tipp nochmal an dieser Stelle von euch. Und sollte sonst noch jemand... ...Tipps für mich haben... ...dann immer her damit. So, gut. Das noch wegnehmen. Das hier auch noch wegnehmen. So, schön ist es zwar nicht, aber den Weg braucht sowieso kein Mensch mehr. Mal kurz gucken, wie viel habe ich denn schon? 287 Bruchshand schon wieder. Na, geht ordentlich. Was weg. Na, dann beschleunigen wir das Ganze mal eben. Mit einem Schlückchen Bier. Aus dem Glas. Hm? Hm? Okay. Die ersten Anzeichen, dass ich betrunken bin. Oder besser gesagt, mein Charakter. Ich schaff's nicht mehr, den Block direkt vor sich abzubauen. Hm? Okay. Und hier noch wegnehmen. Na, sag mal, Kollege. Jetzt oder? Gut. Ei, ei, ei. 545. Naja, viel ist es nicht. Und dunkel ist es eigentlich auch noch nicht. Von daher... Ach komm. Wir bullen weiter. Schließlich sollte ich ja auch den Bierbuff hier nutzen. Wenn ich ihn schon mal habe, dann macht's ja nur Sinn. Was kommt denn hier daher? In einem Blatt Papier war das anscheinend. Hm? Jetzt oder? Das ist immer ein bisschen komisch hier. Teilweise nimmt er die Blöcke und teilweise nimmt er sie nicht gleich mit. Aber jetzt ging's wieder. Hups, oder? Noch kurz gucken. Zombie-technisch. Aus. Ruhig aus. Gut. Auch nicht verkehrt. Nehmen wir hier gleich noch ein bisschen Steine wieder mit. Aber ein bisschen was muss ich auch noch stehen lassen. Als Parkplatz für mein Minibike. 59 jetzt schon die Berger-Werkzeuge. Und 40 Minuten dauert's noch und dann sollte ich hier draussen nicht mehr umher spazieren. Dann wird's wieder gefährlich. So, und nehmen wir die zwei Blöcke noch mit. Hier her vorne und dann schauen wir aber langsam aber sicher mal nach drinnen. Denn die Forge würde ich auch ganz gerne noch befeuern entsprechend. Okay, also das reicht erstmal. 2600 Stein. Und auch einiges am Bruchssand. Langt erstmal, um hier weiterzumachen. So, hier durch. Da rein. Tür zu. Hups. Keine ungebetenen Gäste in Form von Zombies möchte ich hier in meiner Basis. So. Schön. Die Stahlgerüstrahmen werden auch schon gefertigt. Dann legen wir hier noch ein bisschen Eisen nach. Und hier können wir uns gleich wieder der Betonmischung widmen. 280 Stück. Upi. Habe ich noch mehr Zement? Ja, da können wir doch gleich nochmal nachlegen. 13 Minuten. Hui, das ist mal wieder ein Ewigkeitswerk. Aber gut, so eine Base baut sich natürlich nicht von heute auf morgen. Hui, ich sehe es jetzt gerade. Hier könnte ich mal das Zeug eigentlich auch gleich rausnehmen, gell? Wird Sinn machen. So, 10 Minuten noch. Dann ist da draußen wieder Rambazamba. Den Dreck habe ich jetzt schon einiges gesammelt. Was kann ich eigentlich mit dem Dreck machen? Wahrscheinlich irgendwelche Dreckblöcke, oder? Machen wir mal Dirt. Gut. Rezepte. Da will ich hin. Aha, Topf pflanzen. Könnte ich mit meinem Heim ein bisschen schöner gestalten. Mushroom Spore Seed. Pertilizer. Aha, brauche ich dann für Dünger. Waldboden, verbrannter Waldboden, Rasenstück, Grasboden und Ebenenboden. Aha. Also lauter Böden, die ich mir damit craften kann. Dann lassen wir das Zeug hier mal drinnen. Wer weiß, wann ich das noch brauchen kann. Und das restliche Zeugs kann hier gleich mal zwischengepackt werden. Habe ich eigentlich noch Goldroten, Goldroten, Goldenrot, hei, 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 hei. Der Charakter hat mich schon angesteckt. Okay, Zombies sind draußen. Ja, habe ich noch. Dann machen wir uns doch gleich mal Goldrotentee. Acht Stück, acht Gläschen. Sehr gut. Und wir können uns ja Wildbrät auch gleich wieder zubereiten. Beziehungsweise Schinkenspeck mit Eiern. Die Leibspeise meines Charakters. Und das restliche Zeugs machen wir zu gegrilltem Wildbrät. Kochen. Gut. Mal ganz kurz still sein, dann hört man es auch ganz gut. Okay, die sind da draußen anscheinend wieder in der Nähe. Ich habe nur echt Schiss, dass sich die irgendwann mal hier durchbuddeln. Das wäre dann sehr schlecht. Und ich auf einmal nichts an in irgendeinem Arm durch einen Block hier durchscheinen sehe. Dann weiß ich, okay. Ich sollte die Hände, die Füße in die Hände nehmen und die Fliege machen. Aber so weit wird es hoffentlich nicht kommen. Ähm, ja. Was machen wir jetzt die restliche Zeit, bis es wieder hell ist? Auf alle Fälle vielleicht hier gleich mal wieder was craften. Was könnte ich denn Schönes herstellen? Kies. Das ist Kies. Wie Steine, nur kleiner. Aha. Kettensägenblatt, Erdbohrerkopf. Das kann ich alles leider noch gar nicht. Es wäre natürlich schon praktisch, wenn ich die Rezepte hier auch noch finden würde. Weil so ein Auger, ihr wisst es ja selbst, der ist schon bedeutend schneller als meine Stahlschaufel. Da könnte ich dann richtig Erde bewegen. Naja, gucken wir mal. Vielleicht habe ich ja demnächst mal Glück. Äh, hier geben wir auch noch ein bisschen was ab. Flindenlaufgeschotze, Feuerpfeile, Eisenvorschlaghammer und Magnumpatronen anscheinend. Obwohl, die Magnumpatronen muss ich mir skillen sogar. Und ansonsten Hopfensamen, Knie-Tisch. Hm, viel Zeugs. Das mir doch noch abgeht. Aber nun gut. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns in 7 Days to Die. An der Stelle auch schon wieder. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao.